Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Brothers. Die Troline hat uns eine Kette runtergeworfen. Der Kleine muss auch noch nach oben. Und weiter geht's. Wir müssen da unten wieder die Mechanik bedienen. Damit der Troll da rüber kommt. Okay, das reicht nicht. Wir müssen doch in diese Richtung gehen. Das nenne ich doch mal Service. So, und jetzt müssen wir, das denke ich mal kommt in die Mitte, dass wir das als Plattform benutzen können zum Springen. So, drehen wir das nochmal und noch nach vorn. So, und jetzt können wir schön da rüber springen. So, jawohl. Der Kleine auch noch. Ah, die Troline wartet noch. Oh. 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 Hör! Baa! Abdeh! Okay, wir können hier an den Hebel ziehen. Aber zuerst müssen die Ketten zerstört werden. Jetzt locken wir den erstmal hier rüber. Okay, da steht etwas ungünstig. Jetzt müssen wir schnell machen. Komm hier rüber, komm komm. Hallo. Oh, daneben gelaufen. Mist. So. Die erste Kette ist zerstört. Jetzt nehmen wir doch die hier mal. Hallo. Ganz schnell weg. Die letzte Kette. Und weg. Jetzt können wir, glaube ich, schnell an den Hebel ziehen. Jetzt machen wir einfach den Deckel wieder zu, oder? Passiert nichts mehr. Okay, er kommt nicht mehr hoch. Wie kommen wir jetzt weiter? Wir müssen hier irgendwie hoch. Ah. Jetzt war er weg. Und jetzt denke ich mal, wie kommen wir da hoch? Ah. Hallo. So, der Große auch noch. So. 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 Okay, wir sind wieder aus der Hülle rausgekommen. Eine schöne Landschaft hier. Und wir gehen weiter. Auf der Suche nach dem Heilmittel. Die. Geh, Geh, Geh. Harun, Zeiki. Musik Okay, kann der Kleine sich auch eine Fackel nehmen? Oh nein, er verbrennt sich nur die Finger. Okay, dann gehen wir weiter. Uh, da ist ein Wolf. Uh. Ah, wir können ja gar nicht rennen. Wie kommen wir denn da vorbei? Da lang? Hallo, komm. Wir können nicht rennen. Auch nicht. Ah. Wir können die Fackel bewegen. Als Verteidigung. Hau ab. Der ist schon mal ganz weg. Uh. Komm, verschwinde. So, der Wolf ist weg. Weiter geht's. Da hinten sind noch ein paar. Oh, hier wurden welche aufgehängt. Komm, verschwinde. Okay, er ist weg. Noch einer. Oh, weg. Und weiter geht's. Wie passen, wir kommen jetzt zu einem Friedhof. Okay, das war's, glaube ich, mit den Wölfen. Wir setzen uns mal hin und ruhen es mal kurz aus. Ah, eine Kirche. So. Oh, wo geht's hier oben lang? Kann man hier irgendwas machen? Nein, kann man nichts machen. Okay. Da können wir bloß nach unten gehen. Halt, komm. Schauen wir mal hier irgendwo, dass wir nichts vergessen. Nein, das. Okay. Hier ist eine Glocke. Können wir die, äh, läuten lassen? Hallo, ist Besuch da. Oh, der Herr ist freundlich. Okay, was macht der Kleine wieder? Ah, komm, der Kleine kann nichts machen. Also, nett und schließt uns das Tor auf. Dankeschön. So, weiter geht's. Schon wieder Wölfe. Okay, wir müssen schwimmen. Okay, wir müssen schwimmen. So, kommt, kommt, kommt. Wir haben es geschafft. Jetzt noch hier drüben. Da sind wir an Sicherheit. So, die Wölfe sind wir hoffentlich los. Gehen wir da mal nach oben. So, und betrachten die Gegend nochmal. Wir ruhen uns wieder aus. Okay. Ich denke mal, wir müssen irgendwie da runter. Ah, hier geht's. Hier, von hier sind wir gekommen. Kamera drehen, hallo. Schauen wir mal, hier ist wieder eine Laterne. Ach, können wir an dem Baum. Können wir nicht klettern, oder? Ah, doch. Da klettern wir mal auf die andere Seite. Oh, oh. Da, 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 da. Da, 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 da Das ging gerade noch mal so gut. Was sind das zu gestalten? Oh oh, müssen wir leider noch mal einmachen. Was war das? Okay, mal weg von diesen Kreaturen da oben. So können die uns hier was? Wir probieren es mal. Warte, mal noch weiter weg. Sorry, wir müssen weiter weg von diesen Kreaturen. Okay, wir gehen mal hier in die Mitte. Ich weiß nicht, ob uns der untere... So, hier sieht es da eigentlich gut aus. Oder können die uns hier? Mal einen Schritt und wir probieren es hier mal hoch zu kommen. Jetzt habe ich aus Versehen losgelassen. Mein Gott, was ist heute los? Das ist nicht mein Tag heute. Mein Gott, jetzt sind wir schon ein paar Mal gestorben. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Ich glaube, hier komme ich gar nicht hoch. Da muss das bis ringsherum, glaube ich. Schnell weg. Lassen wir uns in Ruhe. Oh, kommen noch mehr. Jetzt wieder nach unten. Ja, weg. Da unten passiert uns nichts. Wieder nach oben. Hätten wir gar nicht hochklettern müssen. So, da hinten ist, glaube ich, eine gute Stelle, dass wir endlich nach oben klettern können. Ich hoffe es mal. Oh. Oh. Hey, auf! Und wir müssen nach oben. Komm, hoch. Hoch, hoch. Okay, der Kleine hat es überlebt. Und wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.